Nach Kontaktaufnahme mit den Konstrukteuren wurde die Prometheus zerstört. Die Besatzung kam ums Leben. Nur Elisabeth und ich konnten mit einem ihrer Schiffe fliehen. Ich wurde auf der Mission schwer verletzt. Sie setzte mich wieder zusammen. So viel Mitgefühl hatte ich noch nie erfahren. Schon gar nicht für Mr. Wayland oder anderen Menschen. Grün an grün. Rot an rot. Es soll einfach sein. Ich tue mein Bestes. Sie haben ein sehr glütiges Herz, wissen Sie? Es gelang uns, ihr Schiff zu aktivieren. Fünf an sieben. Und wir nahmen Kurs auf ihre Heimatwelt. Wir würden endlich unseren Schöpfern begegnen. Wie lange? Unmöglich vorherzusagen. Was, wenn sie nicht besser sind als wir? Solange sie nicht schlechter sind. Schlafen Sie gut. Ich wecke sie, wenn wir dort sind. Und dann war ich wieder allein. Ich lernte ihre Gebräuche kennen. Und erwartete unsere Ankunft. Seht meine Werke. Mächtige. Und erbebt. Ihr alle habt so viel geopfert, um hier zu sein. Um ein Teil von dem zu sein, was wir hier tun. Es ist die erste groß angelegte Kolonisierungsmission überhaupt. Wir schreiben Geschichte. Das ist Weizen. Wie wahrscheinlich ist es, Nutzpflanzen so weit weg von der Erde zu finden? Er hat ihn gesät. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ich brauche euch hier sofort. Ich brauche euch. Okay, beruhige dich, Baby. Beruhige dich. Ich soll mich warum? Ich kann nur nicht leben. All das, um unser neues Leben zu beginnen. Wo ist es? Das Mikau! Festhalten! Festhalten! Scheiße! Das kann ich nicht. Wir müssen die Infektion unter Verschluss halten. Ach, die Säße! Ah! Ah! Ah!